Hallo, ich bin Bettina und ich gehe nach Nantes. Ich bin Elena und ich gehe nach Paris. Ich bin Steffi und ich gehe nach Lely. Ich gehe nach Nossi. Ich gehe nach Dijon. Ich gehe nach Nitzar. Ich gehe nach Lyon. Ich gehe nach Provence. Ich gehe nach Toulouse. Ich gehe nach Bordeaux. Ich gehe nach Caen und die Normandie. Nach ein paar Tage langen, die animatoren, die neuen lectern und lectern von Mobiklasse haben uns hier rejoints, für den öffentlichen Moment des neuen Fahrten, die Mercedes eröffnet, um ihnen zu ermöglichen, ihre Mission zu erfahren, die deutsche Sprache 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 zu erfahren. Sie kommen in einer Zeit, die wir vor einem Jahr so noch nicht für möglich gehalten hatten, dass wir uns besonders anstrengen müssen, hier in Frankreich auch für die deutsche Sprache zu kämpfen. Die Eröffnung ist für uns ein sehr wichtiger Tag, weil die lectern einen Startpunkt setzen und danach eben ihre elf Städte fahren und dort für elf Monate lang Werbung machen, für Deutsch und Deutschland. Es ist die Möglichkeit, zu erinnern, zu welchen Punkt der Deutschsprache von Deutsch contribuert an den Eröffnung des Horizonts, tant professionnelles wie personnelles. Diese Gespräche spielen eine besonders wichtigere sensibilisierung, insbesondere in den Regionen exentrées. Es sind fast 700.000 in diesem Programm und mehr als 1.300.000 Kilometer sind mit den Mercedes-Benz. Es muss sich mobil sein, es muss sich mobil sein, mit der Fahrt und es muss sich mobil sein. Wir schauen uns die Schläger! Vielen Dank.